Also ihr habt ja diesen Bril gerade in der Story gesehen, ich will nur mal kurz darauf aufmerksam machen, dass das auf jeden Fall mit Abstand eines der ekelhaftesten, abstoßlichsten und widerlichsten Videos ist, was ich die letzten zwei, drei Jahre im Internet gesehen habe. Jetzt abgesehen von irgendwelchen Kriegsbildern, aber ich meine jetzt so von hier, so aus dieser Gesellschaft ist das eines der widerlichsten Videos, was ich gesehen habe und ich kann das einfach nicht begreifen, ich kann das einfach nicht begreifen, ich kann es einfach nicht begreifen, sehr, sehr, sehr widerlich, sehr, sehr, sehr widerlich, sehr ekelhaft, ich bin sehr geschockt, sehr ekelhaft.